Ja, Octavia, das gefällt dir, gell? Wie krieg ich jetzt ich den da rein? Die Aussage kommt nicht allzu oft vor. Stimmt. Meistens findet man den Weg, auch im Dunkeln. Na komm, das geht doch nicht. Ich schmeiße die Tour jetzt gleich weg. Jetzt habe ich mich so verknotet, das geht doch wohl nicht. Ei, ei, ei. Na komm, das darf doch wohl nicht wahr sein. So, ein Weg. Jetzt geht gar nichts mehr, oder? Dann haben wir halt jetzt keine Einnahmen. Ihr habt nichts gesehen. Also ich weiß nicht, ob ich mich gerade so doof anstelle. Also normalerweise ist das nicht der Fall. So, gut, dann schauen wir uns mal an, neue Tour. Äh, Fachmarkt. So. Mann, ich hab nix. Nix da hoch. Ah, es geht nach Süden. Dann fahr' ich jetzt mal bis zur... Wo? Winemuka, gell? Dann fahr' jetzt mal leer mit. Ja. Ja. Der Parking-Simulator live bei Job. Ja, vor Aspital. Mann. Ist ja cool, ihr seid so cool, wisst ihr das. Nein, ich möchte mal hier gleich noch die Garage kaufen. Ach. So. Dann komm' ich zur Werkstatt. Die Lausanne. Ja, das verstehe. Dann fahr' ich einfach. Ihr seid doch echtotzig zurück. freiwillig, county... нойroße draeln zum ANYmerizenden Zeitpunkt. mile го Thena. von uns auch mal vielleicht. so bin gleich dahin komme ich dann dazu bin hier noch jaja also wir fahren jetzt bis 17 uhr dann ist pause bis 21 uhr und dann geht es weiter mit ets oder ats je nachdem die marie so wirklich stopp Machen wir jetzt gleich noch so die Hosen, dann tanke ich. Gut, so. Oh ne, oder? Was? Oh ne, oder? Bin ich gerade rausgeflogen. Aha. Warte mal, das haben wir gleich. Dann bin ich jetzt wieder hier. Ich bin rausgeflogen. Nächste ist Venemuka, gell? Ja. Dann könnt ihr euch durchschlagen, wer vorfährt. Ich muss zur Sunshine Club. Mir egal. Also ich fahre bis Venemuka jetzt leer mit. Also ich fahre hinten. Okay, nachdem so viele hier gesehen haben, fahre ich vor. Hier, hier. So, bis jetzt alle da sind, machen wir eine kurze Werbung. Bis gleich. Ich kann es jetzt nicht verstehen, wirklich. Weil ich habe echt guten Empfang gerade. Nein, du hast Auto Outlock. Nein, du hast Auto Outlock. Das heißt, du hast dich nicht bewegt zehn Minuten lang und dann fliegst du. Ach so. Ja. Deswegen machen wir ja immer Öpsilon. Jetzt müssen wir mal schauen. Was hat denn da geschrieben? W. John. Ohne H. Hall. Diene. Rossi. Zurück. Oder was? Reicht eine Anzeige? Hallo. Wer hat denn eine Anzeige gekriegt? Ja. Lips. Von? Tätig wahrscheinlich. Oder hast du ja gestanden. Keine Ahnung. Wir waren auch mal Reno, ne? Naja. Äh, wo stehen wir gerade? Äh, wir stehen in Reno, genau. Ja, ja. Was schön. So, gucken wir, ob ich da jetzt einen Auftrag finde. Immer wieder mal ein Gemüsepfändchen machen. Was machen? Was? Was musst du machen? Gemüsepfändchen habe ich glaube ich gehört. Gemüsepfändchen. Ohne Fleisch, ohne Watt. Watt, kann ich gar nicht haben. Gemüse ja, aber mit Fleisch. Bist du wett, Lilian? Hallo. Wo? So, bist du wieder da? Ja, ich bin da. Aber ich habe jetzt... Elko habe ich jetzt. Ja, nehme ich Elko. Du bist aber noch nicht in der Liste. Dann stehe ich auch nicht in Reno. Du stehst aber nicht in Reno. Oh, Moment mal. Hat jemand einen Auftrag nach Checkport? Ja, ich. Okay, dann fahre ich nach Checkport. Aber... Ja, warte mal. Du bist nicht in Reno. Ja, porte dich mal nach Reno. Du stehst einfach woanders. Ich bin in Reno. Ich bin in Reno. Du bist aber nicht bei uns in der Liste. Warte mal. Ich gucke mal auf die Karte. Wo ist denn in Reno? Dann porte dich erstmal zur Werkstatt. Ja, warte. Ich hole erstmal mal einen Auftrag ab. Ja, und am Schluss passt es halt. Jetzt porte dich erstmal hierher. Ja, damit wir wissen also wirklich... Und dann schaust du nochmal nach dem Auftrag. Ja. Ja, Leon. Jetzt ist er in der Liste. Ja, okay. Gut. Jetzt kannst du einen Auftrag holen. Da werde ich jetzt auch mal kurz pennen, weil vielleicht kriege ich dann doch einen. Mhm. Da. Ja, Checkport. So einstellen. Nee. Gar nichts. Gar nichts da hoch. Alles runter. Alles runter. Alles runter. Ja. Alles runter. Ey, dann machen wir jetzt auch so die Ampeln aus. Oho. Ja, okay. Also, von hier aus sind wir jetzt laut meinem Navi nur 190 Kilometer. Also, von hier sind es laut meinem Navi nur 190 Kilometer knapp nach Venemuka. Ja. Ok. es darf nicht die Stadt die Welt noch 2 schaffst du schon ein Kilometer aber der Tank hält gerade ganz gut haben wir einen großen Tank drin auf der so warte da ist komisch kannst du ja porten erst noch anhängen dann komm ich gleich dann kommst du gleich dann mach mal hin ja wie ist es eigentlich offiziell in der Stadt darf man kein Fernlicht benutzen ne haltet ihr euch da dran im Spiel? ja eigentlich schon aber im Gegenverkehr kommt es meistens aus mhm so da jetzt fahrt ich nicht so Leon ist da das heißt seid ihr alle bereit dann würde ich losfahren fahr ich fahr hier die selben Autos ich fahr hier die selben Autos ich kann mal losfahren mhm scheinbar ja also dann fahr raus jetzt ja ja link ich fahr noch 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 du musst aufpassen weiter ausholen genau passt so dann die Andu und ich fahr hinten ich bin jetzt hier erstmal bravo 40 Stadt innenstadt da vorne kommt es zu da vorne links so vorne links fahr den linken der Hand muss jemand nein fahr den linken der Hand ok dann liegen jetzt hier ab links und von rechts auf die autobahn was hast du es für stand wieder kommt ja das war bei das hätte ich jetzt selten mehr gepackt so ist es nicht zu reagieren hier rechts gesundheit danke Oh, wie geht es? Oh, wie geht es? Oh, wie geht es? Immer noch so zu sehen. Nein, ich bitte.